So, sorry, der Aufnahmskanal abgekommiert ist wegen, äh, es ist ein Zweiteiler. Äh, aber, keine Sorge, wie ihr gesehen habt, die Folge ist an dem Tag. Deswegen mit einer Komma-Fünf. Äh, gewertet, ja, weil mein, ich dachte gerade, ich habe noch keinen Speicherplatz. Aber ich denke, hm, super, nice. Bitte, was? Wurde Parmo gerade gewone-shottet? Bitte, was? Level 41 zu, warte mal. Welches Level? 37. Alter, nee, ne? Wir können aktuell nicht viel machen. Luftschnitt. Yo. Wasser-Süße. Wir sind auch vom Kampf, äh, regulär vom Kampf, bevor wir jetzt, wir können, als lange es in der Terra-Kristallisierung ist, können wir effektiv nichts einsetzen. Was ist das Problem? Wir können effektiv aktuell nicht einsetzen. Außer wir können es versuchen, mit, äh, Syloth zu baiten. Ich habe ein D, ich versuche es mit Syloth zu baiten irgendwie. Das haben die Angriff gesenkt und wir müssen vorerst die Initiative senken oder eher noch einen Statuswert hinzufügen. Vor allem, wir können sie baiten. Können wir, können wir sie nicht. Mir fällt gerade auf, wir haben unsere Terra-Kristallisierung für eingesetzt. Das hätten wir nämlich hiermit auf Gift-Type wegsingen können. Okay. Initiative steigt. Initiative sinkt. Bitte, sie muss irgendwas... Ja, bitte, jetzt. Bitte, funktioniert, Gift-Torn. Yes! Oh, yes, sir. Yes, 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 yes. Gut, dann hat das schon mal funktioniert. Oh, nein, ja, yes, 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 yes. Wir sind halt extrem langsam vergleicht so, äh, things. Hobentanz, bitte halt durch, 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 halt durch. Danke. Danke. Danker! Danker! Alter! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wieso werden wir jetzt wieder zur Arena zurückgeführt? wir brauchen ein neues pokémon das team ich möchte definitiv ein typ drache im team haben das problem ist die drachenpummen die ich haben will sind 1 denn 3 denn 5 denn 5 vielleicht noch ein katapult raus was denn 6 oder 7 die schulen für nacht oder generell die legendäre trabenpum an generation 3 generation 4 generation bei tauchen muss man eigentlich rausnehmen aus dem team selber selbst 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 weil ein eis pokémon wäre aber auch nicht schlecht wir haben viele popen gefangen oder nehmen wir in sich lor sich lor ist aber vom typ flug was nicht so geil ist und ich will eigentlich in gen 8 dann nehmen das können wir nicht entwickeln das ist typ normal oder und licht nebulat war auch geil wuffelts kapuno das ist ein karmulat hatte ich kein karmulat gefangen ich habe doch selber immer einen karmulat gefangen wasser beschlägt da wäre auch nicht schlecht aber ich will kein wieviel schlägtrieb nicht im team haben wir gucken einfach mal zukünftig was noch kommt aber erstmal geht's richtung wir markieren das ziel und zwar ist die nächste arena ja und ok sicher oder ok dann ist nicht die ok dann ist die nächste arena ok dann ist die nächste arena ok dann ist die nächste arena ja ok dann ist die nächste arena für die komma fünf folge für die komma fünf folge so dies ist was machen wir können wir noch mal ein bies ja passt dann war zum beispiel mal bescheid dass es eine komma fünf folge ist hier und hier unten kommt dann noch die letzte wir sagen danke fürs zusehen wenn es euch gefahren hat will nämlich über den wettbewerb vergessen die kanal zu haben die du verpasst bis zum nächsten mal noch tschau tschau tschau